Mein Name ist Philipp. Ich habe während des Studiums angefangen Radio zu machen. Das ist jetzt ungefähr zehn Jahre her. Ich habe dort als Redakteur gearbeitet, als Moderator, habe die Musikredaktion geleitet und habe danach im richtigen bezahlten Arbeiten in der Pressearbeit gearbeitet von einem Hosting-Unternehmen, habe Social-Media-Marketing gemacht und arbeite jetzt im Content-Marketing für Sys11. Das ist ein Cloud-Provider aus Berlin. Press- und Öffentlichkeitsarbeit bedeutet, dass du im Austausch bist mit Leuten, denen Medien gehören, die etwas zu sagen haben, die Einfluss haben, die von Leuten gehört werden. Das sind Zeitungen zum Beispiel, das sind Online-Magazine, das können aber auch wichtige Leute aus Social-Media sein, das können auch Politiker sein. Das heißt, Press- und Öffentlichkeitsarbeit funktioniert so, dass du mit diesen Leuten in Kontakt trittst, mit diesen Medien und ihnen dein Thema verkaufst, in Anführungszeichen verkaufst und sie dazu bringst, darüber zu sprechen. Wenn du ein Projekt hast, zum Beispiel ein Konzert, du hast ein Konzert geplant und du möchtest, dass Leute da hingehen, dann würdest du über Presse- und Öffentlichkeitsarbeit versuchen, Leute wissen zu lassen, ey, das gibt es. Und du würdest darüber sprechen auch, wie die Leute, du würdest auch sagen, dass es was gut ist. Das ist eine tolle Veranstaltung. Das heißt, du würdest bestimmen auch, wie die Leute darüber denken und sprechen. Social-Media ist ein tolles Medium, weil dort kann sich jeder ausdrücken. Pressearbeit ist insofern nochmal ein anderer Ansatz, weil die Leute, die dahinter stehen, das sind ausgebildete Redakteure und Journalisten, das sind Leute, die Inhalte sehr gut aufbereiten können. Und Pressemedien genießen eine bessere Wertschätzung. Wenn du ein Presseorgan hast, ein Pressemedium, dann würdest du im Idealfall davon ausgehen, okay, was braucht eigentlich diese Redakteurin, dieser Redakteur am anderen Ende, um darüber zu schreiben. Das heißt, du würdest zum Beispiel eine Pressemitteilung vorbereiten oder du würdest Bildmaterial anliefern, du würdest vielleicht ein Video spendieren dazu. Du würdest Anreize geben, die dieser Person hilft, über das Thema zu sprechen. Und je einfacher das ist, desto besser ist es. Ganz platt, du schickst einen Text, der über dein Produkt oder deine Idee spricht, schickst du an eine bestimmte Person, die das veröffentlichen soll. Jetzt ist es so, dass diese Person, auch einen Arbeitsalltag hat, die hat sehr, sehr viel zu tun und ist vielleicht auch ein bisschen faul oder gestresst oder hat einen schlechten Tag. Das heißt, du würdest diese Person so einfach wie möglich machen und schreibst eine Pressemitteilung so, dass diese Person die einfach veröffentlichen könnte am besten. Ich würde immer mit dem Wichtigsten anfangen und dann immer mehr in die Details reingehen. Und bei einer Pressemitteilung wäre das nochmal eine weitere Unterstützung zu sagen, okay, ich habe die drei wichtigsten Punkte, die tue ich in Bullet Points ganz oben an den Text rein. Der Titel, der weist schon direkt auf das Thema hin, der nimmt die wichtigste Aussage heraus oder den Nutzwert, den ich habe, das Besondere des Textes oder des Themas. Und dann gehe ich in den Text hinein und versuche, möglichst eine klare Sprache zu haben auch. Denn was viele, viele Zielgruppen gemeinsam haben, ist, dass sie sehr faul sind, was Lesen betrifft, dass sie sich auch nicht große Mühe geben wollen, um etwas zu verstehen. Das heißt, ich kann noch so klug sein und trotzdem bin ich sehr faul. Und ich brauche deswegen einfach einen Text, um überhaupt etwas lesen zu wollen. Und dann will ich keine tief verschachtelten Satzkonstruktionen haben, die zwar aus einer Absicht herkommen, irgendwie besonders klug zu klingen vielleicht, aber das erfüllt den Zweck nicht. Dann würde ich sagen, kill your darlings oder kill your babies und opfere das, was dir eigentlich wichtig ist, zugunsten dessen, was deine Zielgruppe braucht. Das hängt ganz davon ab, was dein Thema ist tatsächlich. Wenn du jetzt ein Hip-Hop-Konzert zum Beispiel aufbereitest oder vorbereitest, dann würdest du nicht in ein Fachmedium gehen, das für den Fleischhandel irgendwie da ist. Das heißt, du würdest dann eher mit einem Musikmagazin sprechen wollen oder mit den Leuten, die gute Tipps geben, was tolle Konzerte betrifft. Das heißt, Pressearbeit kann sein, okay, ich gehe zu diesem Musikmagazin und spreche die Leute da an oder ich gehe in den Bereich Social Media zu den Magazinen oder Personen, die im Bereich Musik Achtung genießen oder viele Follower haben. Ich glaube, dass Social Media mehr über sogenannte Incentives funktioniert. Das heißt, viele von den sogenannten Influencern würden gegen Bezahlung arbeiten. Das heißt, du würdest denen 50 Euro in die Hand drücken und sagen, sprich mal darüber und dann machen die Personen das. In Wahrheit kostet das ein bisschen mehr. Wenn du das Geld nicht hast, dann hast du hoffentlich ein sehr, sehr tolles Konzert oder ein sehr tolles Thema oder einfach eine sehr tolle Person am anderen Ende, die gerne darüber sprechen möchte. Und dann würdest du am ersten den direkten Kontakt tatsächlich suchen zu dieser Person. Denn eine Sammelmail an eine Vielzahl von Personen, die kommen gar nicht erst an. Das heißt, du würdest Influencer XY direkt anschreiben, hey, ich habe dieses Thema hier. Wie findest du das? Das Schwierige bei Social Media ist, dass kein Kanal ewig halten wird. Facebook war früher super erfolgreich und heute krähen da nur noch wenige Hände nach. Auch gerade bei einer jungen Zielgruppe ist Facebook nicht relevant. Da würdest du eher zu Instagram gehen oder Snapchat suchen. Das heißt, gut ist da flexibel zu sein. Wirklich das Medium zu nehmen, wo du deine Zielgruppe triffst tatsächlich. Nur weil Facebook da ist, heißt das nicht, dass es dir weiterhilft. Was du unterstützend haben solltest oder was nicht schadet, ist sowas wie eine eigene Website oder ein eigener Blog, wo du selber unabhängig Inhalte veröffentlichen kannst, die dann über Google gefunden werden. Weil Google ist tatsächlich etwas, was sich halten wird. Und deswegen ist Suchmaschinenoptimierung heute auch so wichtig. Und insofern sind auch Blogbeiträge sehr hilfreich, um bei Google gefunden zu werden, um bei verschiedenen Themen auch Keywords zu liefern, nach denen dann gesucht wird.